Ich liebe euch. Ja wirklich. Dafür, dass ihr mich korrigiert, wenn ich mal falsch liege. Nach meinem Video, wo ich sagte, man sieht alles, da schrieb mir ein Herr, dass es noch weitaus krasser wäre auf YouTube. Und verdammt, verdammt hatte der Recht. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als ich Rasenmäher für die Intimregion beworben habe? Vielleicht war das dem einen oder anderen mal etwas unangenehm, das kann ich verstehen. Aber immerhin habe ich vom Prozess selbst keine Videos hochgeladen. Anders als die Damen, die wir uns heute ansehen. Denn da sieht man jetzt wirklich alles. Und wenn ich sage alles, meine ich wirklich alles. Und leider noch viel mehr als das, denn das ist nicht das einzige Phänomen, dem wir uns heute nähern. Aber fangen wir erst mal an. Leute, ich bin ehrlich, ich habe immer gedacht, die wilden Jahre von YouTube, die sind seit einem Jahrzehnt vorbei. Aber seit meinem letzten Video zu diesem Thema ist meine World Scattered, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben kurz vor dem Jahreswechsel ja über Try-On-Halls gesprochen und ihrer kleinen, verruchten Schwester, den transparenten Try-On-Halls. Vermeintlich unschuldig wurden da Kleidungsstücke anprobiert, die keinen Raum mehr für Fantasie ließen. Dabei mag ich Fantasie so gerne. Der perfekte Sales-Funnel, wie kommen in die Gruppe Jungs, sagen würden. Diese Geschichte wurde aber noch übel. Dazu mehr in diesem Video, das ich da gemacht habe. Schaut euch das an. Ich habe euch das natürlich auch da unten verlinkt. Mich hat das dann schon ein bisschen kalt erwischt. Und ich war froh, als ich das Thema Freizügigkeit auf YouTube damit abgegrast hatte. Ich bin kein Brüder Mensch, aber Sitte und Anstand, wo? Jedenfalls dachte ich, es wäre abgehandelt, bis mir dann jemand schrieb. Er habe da noch etwas ganz anderes gefunden. Und lasst es mich so ausdrücken, es geht noch viel schlimmer. Wie schlimm genau? Das finden wir ja jetzt heraus. Und ich für meinen Teil kann auch sagen, es hat mich schockiert und meinen Algorithmus für immer verflucht. Aber was tue ich nicht alles für euch? The things I do for love. Nee, ohne Scheiß. Das mache ich nie wieder für euch. Deswegen habe ich diesen ganzen Kram auch von meinem christlichen Mitarbeiter zusammentragen lassen. Nur um ihn zu ärgern. Ich wäre euch also recht dankbar, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, um ihm zu zeigen, dass sein Opfer nicht umsonst war. Und die Buße, die er nun tun muss, auch nicht. Dankeschön, schon mal im Voraus. Achso, ich höre gerade, wie er sich im Nebenzimmer selbst auspeitscht. Dann spreche ich einfach ein bisschen lauter. Ja, kein Problem. So, nun steigen wir aber ein. Von Fashion zu Fetisch. Was sich für normal hielt, das war Mode auf dieser Plattform und alle Spielarten drumherum. Und dass man das ausnutzt, das lag irgendwie noch nah. Um mal kurz zu rekapitulieren, was wir beim letzten Mal entdeckt haben. Das waren zwei Hauptprobleme. Das eine war, dass die Kleidung in den Try-On-Halls absolut in den Hintergrund rückte. Stattdessen waren es eben die Körper selbst, die gut sichtbar und offenherzig in Szene gesetzt wurden. Und die verlinkten dann direkt auf entsprechende Seiten, wo man mit noch weniger Kleidung sehr viel mehr Geld machen kann. Zum Beispiel wurde zu Oldfans oder Fancy verlinkt. So war es bei Bailey Rose und Amelia's Closet. Mit Try-On-Halls auf YouTube kann man dann neue Kunden generieren. Obwohl YouTube eigentlich recht strenge Guidelines hat, gelingt es den Damen hiermit eine Lücke im System auszunutzen. Denn sie probieren ja nur Klamotten aus. Das hat mich aus Fragen der Policy und des Jugendschutzes so ein wenig besorgt. Weil es hier so wirkte, als hätte man ein Schlupfloch entdeckt, das man ohne Konsequenzen ausnutzen konnte. Und wo es eins gibt, gibt es noch mehr. Und das führt uns zu dem viel düsteren Problem der Geschichte. Denn nicht nur machen hier mutmaßliche Sexworkerinnen bei diesem Trend mit, sondern sogar Kinder wie beim Kanal Life of Miss O. Wo eine Siebklässlerin im Rampenlicht steht, die dabei gefilmt wird, wie sie Bikinis anprobiert und sektualisierte Posen einnimmt. Nun, liebe Freunde, habe ich aber gelernt, es gibt auch Content, der sich gar nicht erst die Mühe macht, nackte Haut unter Textilien zu verbergen. Beziehungsweise nicht zu verbergen. Es ist so ein bisschen gewesen, wie durch einen Spiegel zu treten. Und plötzlich findet man sich auf der anderen Seite wieder. Und es findet sich einfach nichts Normales mehr in den Recommendations. Ich hatte 2014, ja, für eingefleischte Fans ist das nichts Neues, auf diesem Kanal angefangen mit Creepypastas und richtig verstörenden Geschichten. Und falle auch für den Eisberg sehr oft auf die dunkle Seite von YouTube. Aber hier sind wir eher auf der Fetisch-Seite von YouTube. Und das hat mich echt überrascht. Und den Anstoß hat mir die Nachricht eines Herren geliefert, der mir das hier schickte. Und natürlich kann ich euch jetzt nicht wiedergeben, wie das genau aussieht, aber seid versichert, es ist alles. Völlig unzensiert. Zuerst wollte ich wissen, ob das jetzt nur ein einzelnes Video ist, das der Algorithmus übersehen hat. Weil, ganz ehrlich, das hier kann doch nur ein Einzelfall sein. Oder, Spoiler, nö. Davon gibt es eine ganze Menge Videos. Wenn man bei YouTube China Waxing Tutorial eingibt, erhält man eine ganze Reihe an Playlists voller Videos, die darüber aufklären wollen, wie genau Waxing oder auch Shaving abläuft. Wohlgemerkt, Aufklärung ist das Zauberwort. Es geht mitnichten etwa um die Darstellung von Inhalten, die man als sexualisiert oder geradezu... ...grafisch betrachten könnte, ihr Ferkel. Der Punkt ist ja, es könnte durchaus sein, dass das für Teenager sinnvoll ist, zu wissen, wie man das am sinnvollsten anstellt. Ich habe das als Teenager jetzt nicht gebraucht, will mich da jetzt aber auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es deshalb überhaupt keinen Sinn macht. Und ich kann mir die Existenz dieser Beiträge auf YouTube auch nur so erklären, dass es tatsächlich in einer Art Educational-Rahmen fällt. Sonst wären diese Inhalte niemals noch vorhanden. Aber, mal ganz ehrlich, Leute. Denkt ihr, wir haben es hier sowohl bei den Creatorinnen als auch bei den Konsumenten mit Menschen zu tun, die unbedingt herausfinden wollen, wie man sich richtig rasiert? Zufällig ist dieses ganze Shaving-Thema auch ein Kink. Also, ihr müsst mir jetzt hier nichts vormachen. Ich würde euch ja jetzt auch gerne andere Gedanken als meine zu diesem Thema präsentieren, aber ich habe zu diesem Thema nicht einen Artikel gefunden. So, als ob es eine verschworene Gemeinschaft gäbe, die sich gemeinsam entschieden hat, die Klappe zu halten. Ich habe nirgends etwas dazu gefunden. Also, außer auf Reddit, weil wo sonst? Reddit. Okay, lassen wir uns darauf ein. Begeben wir uns jetzt in das Rabbit Hole Fetisch-Videos auf YouTube. Tatsächlich war dieses Thema Behaarung auf YouTube mal ganz kurz ein Thema. Ja, wie bereits in dem Post zu sehen war, gibt es ein Video, das dieses ganze Thema private Behaarung allerdings bei einem Mann plötzlich in den Vordergrund gehoben hat. Und tatsächlich war das nicht das erste Mal, dass das Thema Intimrasur auf YouTube kritisiert wurde. Es gab wohl mal Werbeanzeigen von Gillette. Die liefen mit animierten Figuren ab. Und bei einer Werbeanzeige davon ging es um die Rasur der Leiste. Und diese Aufklärungsvideos wurden offenbar auf YouTube gelöscht. Ich habe jetzt nur eine neuere Kampagne gefunden. Es gab damals aber sehr viel Kritik darum. Was man stattdessen findet, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt auf YouTube, sind Playlists, in denen immer wieder Videos, teilweise von nur wenigen Sekunden Länge zu finden sind, die eigentlich gar nichts mehr mit Waxing oder Aufklärung darüber zu tun haben. Deren Thumbnails beinhalten explizite Ausschnitte, die auf Koitus anspielen. Das ist etwa hier der Fall oder hier und hier. Manchmal geht es auch ganz explizit um Füße. Und es werden nicht die einzigen besonderen Interessen sein, über die wir gleich noch stolpern. Zumindest in diesem Zusammenhang mit diesen Playlists wird es ziemlich deutlich, dass das speziell hier nichts mehr mit Aufklärung zu tun haben kann. Und dabei sei gesagt, bei meiner Recherche habe ich auch ein paar Videos gefunden, die sich mit dem Thema tatsächlich ernsthaft beschäftigen und auch sehr gehaltvolle Inhalte dazu produzieren. Aber wozu sind dann solche Videos da, wo man wirklich alles sieht? Beispielgefällig? Hier beispielsweise. Da gibt es nur zwei Videos auf dem Kanal. Ja, und zwar erst seit einem Monat. Eines der beiden Videos befasst sich ebenfalls mit einem Vagina Waxing Tutorial und hat mittlerweile 2,6 Millionen Aufrufe erzielt. Und das, obwohl der Kanal gerade mal 7700 Abos hat. Wir sehen hier, was wir beim letzten Mal schon erkannt haben. Dieser Inhalt, der geht sofort brutal viral. Der ist ein guter Name für eine Show. Wow, brutal viral. Man sieht hier primär den Souterrain und wie sie sich rasiert. Parallel dazu erklärt sie, wie das funktioniert. Gott sei Dank Bildung. Ja, dann ist das natürlich völlig unproblematisch. Kann man auch mal in die Infobox schauen, oder? Und wenn man die Verlinkung sich so anschaut. Fancy und OnlyFans. Gleich beides. Und falls ihr euch fragt, ob das wirklich was mit echtem Sexwork zu tun hat. Auf OnlyFans wird sie ein bisschen expliziter, was sie so anbietet. Ich lese euch das jetzt nicht vor, weil für mich gelten ja noch die YouTube-Richtlinien, nicht wahr? Nein, 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 nein. Hier steht natürlich Großbildung drüber. Weitere Beispiel? Klar, das ist LilySlim OF. Und da haben wir ja vorhin schon mal einen kurzen Mitschnitt gesehen. Und ich meine, sie hat das OF im Titel. Das ist bestimmt ein Zufall, oder? Aber auch sie hat bisher nur zwei Videos auf diesem Kanal, die sichtbar sind. Natürlich behauptet, auch sie aufklärende Tutorials zu machen. Und genau deswegen hat sie auch in ihrer Kanal-Info stehen, dass sie ein OnlyFans-Model ist. Und auch sie hat auf Linktree ein OnlyFans-Profil namens Lola Banny verlinkt. Leute, richtige Aufklärung, die kostet nun mal. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was man da lernt, aber eins ist sicher. Es muss das richtige Profil sein, denn auch auf Lola Bannys Profil ist prominent ein Busch zu sehen. So, aus wissenschaftlichen Gründen stellen wir hier nochmal die Frage. Können wir hier eine Regelhaftigkeit erkennen, oder handelt es sich nur um eine Ausnahme? Nehmen wir drittes Beispiel. Diese hier nennt sich Jessie Baby. Sie glänzt nicht nur durch Tryon Halls. Ihr Bikini-Waxing-Video hat sogar pralle 3,7 Millionen Aufrufe. Und das bei 18.400 Followern. Also, zum einen ist der Übergang von dem einen Inhalt zum anderen offensichtlich fließend möglich. Zum anderen ist es, Überraschung, auch das erfolgreichste Stilmittel dieses Genres, sage ich jetzt mal. Ein Blick auf ihre verlinkte Twitter-Seite und, okay, ihr Way2Go ist scheinbar un-ockt-me. Ja, Dinge unzensiert ansehen, das gefällt uns doch allen, oder nicht? Jetzt nicht nur im Hinblick auf diese Tutorials, sondern auch in Filmen und Serien. Wo mich das immer sehr gestört hat mit dieser Zensur war bei Tales from the Crypt. Das gibt es in Deutschland einfach nicht unzensiert zu sehen, aufgrund des Geobloggings. Und da hilft es nur, auf magische Weise so einen Standort zu wechseln, und zwar mit CyberGhost VPN. Das ist so einfach, das kriegen sogar eure Eltern hin. Tales from the Crypt, Leute, das haben die damals bestimmt auch geguckt. Das wäre doch mal ein Familien-Event, oder? Mensch, unzensiertes Tales from the Crypt mit den Eltern. Mama macht Schnittchen. Herrlich. Harmonisch. Such dir einfach einen Standort in 90 Ländern aus, und egal wohin du springst, sie behalten keine Logs. Mit CyberGhost funktioniert das beispielsweise auch für 40 Streaming-Dienste. Und schon über 38 Millionen Nutzer weltweit nutzen CyberGhost. Und viele haben ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot vergeben. CyberGhost VPN wird von großen Websites wie computerbuild.de, chip.de, pcwelt.de und netzwelt empfohlen. Vertraut mir, vertraut denen. It's up to you. Oder vertraut niemanden. Aber auch dann könnt ihr CyberGhost benutzen. Und falls ihr kurz nach Weihnachten tatsächlich schon wieder Lust auf Besuch von Freunden und Familie habt, dann ist für alles gesorgt. Mit CyberGhost VPN könnt ihr nämlich einfach 7 verschiedene Geräte gleichzeitig benutzen. Und natürlich könnt ihr CyberGhost VPN auch auf allen gängigen Plattformen nutzen. Du, du und du. Vor allen Dingen du. Und wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, habe ich gleich mal 83% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, und dann kostet es nur 2,03 Euro im Monat und ist sogar 4 Monate frei. Außerdem hast du dann auch noch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Nicenstein. Wo waren wir? Unzensierte Inhalte. Das waren jetzt hier mal nur 3 Kanäle. Es gibt da noch viel, viel mehr da draußen. Ist das ein Zufall, dass die alle so ein Brazilian Waxing Educational Tutorial anbieten? Also Brazilian Waxing scheint echt eine heftige Angelegenheit zu sein. Ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber es gibt auf Social Media sehr viele Reaction-Videos von Frauen beim ersten Mal Waxing. Ich meine, was erzähle ich euch? Wir haben nun mal das Schönheitsideal völlig entharter Intimzonen. Und dementsprechend ist es ein Default, dass viele die Haare irgendwie loswerden müssen. Da es doch eine recht schmerzhafte Prozedur sein kann, gibt es vermutlich viele Menschen, die sich im Vorfeld mit der Thematik auseinandersetzen und folgerichtig auch einige Erklärvideos zu diesem Thema brauchen. Und die gibt es natürlich. Der Insider beispielsweise hat auch schon ein Video dazu gemacht. Aber wir kennen das Internet. Und wir kennen Rule 34. There is porn of it. No exceptions. Die Frage ist doch nur, warum schafft es YouTube nicht die Grenze zu ziehen zwischen der Aufklärung und dem anderen? Wir reden hier ja nicht nur über Waxing, sondern auch Intimrasuren. Und hier kann dann schon mal die Frage erlaubt sein, warum YouTube denkt, dass das ein Educational Content ist, der ohne Restriktionen verbreitet werden muss. Aber gut, darüber ließe sich dann tatsächlich auch immer noch streiten, ganz ehrlich. Ich glaube aber, dass das Problem dahinter ein ganz anderes ist. Offensichtlich überschätze ich die Fähigkeit YouTubes, sich nicht vom findigen menschlichen Verstand austricksen zu lassen. Denn sobald du auf die andere Seite YouTubes gewechselt bist, offenbart sich dir die volle Bandbreite dessen, was wirklich auf dieser Plattform zu finden ist. Und Leute, es ist kein Hexenwerk. Ich denke, man kann dem sogar einen sehr, sehr menschlichen Aspekt zuordnen. Voyeurismus. Leute, Voyeurismus ist eine Grundlage vom Erfolg YouTubes und von Influencern. Wir wollen doch sehen, was sie so machen. Aber Voyeurismus heißt natürlich auch noch viel mehr, als nur dem Daily Live von irgendwelchen Vloggern zu folgen. Wenn YouTube schon keine eindeutige Pornografie verbreiten kann, ist es auf dieser Plattform möglich, Dinge zu zeigen, die andere Kings bedienen. Um mal mit etwas besonders Geschmacklosem anzufangen. Es gibt scheinbar eine ganze Community, die sich dafür interessiert, wie betrunkene Russinnen, die glauben, unbeobachtet zu sein, aber von Überwachungskameras beobachtet werden, urinieren. Das scheint so ein Ding zu sein. Wir haben es hier auch klar mit dem Übertreten von Rechten zu tun, da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass die Verbreitung dieser Bilder, ohne die Gesichter zu verpixeln, legal sein kann. Diese Grenzübertritte finden wir in vielen, vielen Bereichen auf YouTube ja immer wieder. Und hier ist es besonders erniedrigend. Grundsätzlich ist der Aspekt, dass man Frauen dabei zuschauen kann, wie sie Dinge tun, die sie normalerweise nicht in der Öffentlichkeit tun, allgemein die große Klammer um das alles. Das meiste, was ich gefunden habe, war aber vermutlich nicht unfreiwillig, wie bei diesen Überwachungskameraaufnahmen. Es gibt auch aus dem asiatischen Raum sehr, sehr viele Videos von Creatoren, also Weiblichen, die Sexmaschinen reiten oder sich auf rodeoartigen Apparaturen entkleiden. Dazu kommt, dass es eine sehr große Community zu geben scheint, die sich ganz konkret auf voyeuristische Inhalte konzentriert hat. Etwa 360-Grad-Videos unter Parkbänken oder jene, bei denen man Frauen wirklich direkt unter den Rock gucken soll. Dass hier keinerlei Bildungsauftrag mehr erfüllt wird, ist obvious. Die Älteren unter euch erinnern sich sicherlich noch daran, wie sie Basic Instinct aus der Videokassette an genau der richtigen Stelle angehalten haben, um herauszufinden, ob King Basinger wirklich nichts drunter trägt. Diese indische Dame hier beweist, dass dieselben Erwartungen auch heute noch funktionieren, um sehr viele Menschen dazu zu bringen, zuzuschauen. Immer wieder lässt sie es so erscheinen, als könnte man in einem unversichtigen Moment etwas unter ihrem Kleid erspähen. Und so funktioniert der Clickbait, der immer wieder suggeriert, dass man mehr zu sehen bekommt, als es am Ende dann tatsächlich gibt. Etwa bei diesen Massage-Videos. Es gibt die vielfältigsten Methoden, mit denen dieses System ausgetrickst wird. ASMR hat an sich ja schon auf manche Leute so einen etwas erregenden Effekt. Aber man kann es natürlich auf die Spitze treiben. Das, was bei diesen Rasuren-Waxing-Videos der Unterschied ist, ist, dass es sich hierbei wirklich mal nicht um leere Versprechungen handelt, sondern die Grenze dessen, was ich für diese Plattform für möglich gehalten habe, überschritten wurde. Aber Voyeurismus und Kings zu verbreiten, ist auf dieser Plattform offensichtlich sehr normal. Und diese Shaving-Videos dann halt tatsächlich auch ohne Altersbegrenzung auf der Basis von Education. Und man kann nicht mal sagen, dass YouTube das vermutlich einfach durchrutscht, weil es nicht monetarisiert ist. Ein paar von diesen Beiträgen, von denen ich hier gesprochen habe, in diesem Video, waren sogar monetarisiert. Ich meine, muss das? Leute, ehe wir uns jetzt da zu sehr drin verlieren, lasst uns mal zu einem Fazit kommen. Denn ich muss sagen, mir reicht's. Und alles andere könnt ihr in Privatrecherche übernehmen, wenn es tatsächlich sein muss. Zuallererst, ich finde es gut, dass man gegen Stigmata und Tabus ankämpft. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob Intimrasuren jetzt in Form einer Werbekampagne stattfinden muss, wie etwa bei dieser Gillette-Kampagne. Jetzt mit der Perspektive der Aufklärung darüber, weil das ist im Zweifelsfall Virtue Signaling mit Gewinnabsicht. Aber sind wir ehrlich, das, worum es heute ging, hat mit Aufklärung herzlich wenig zu tun. Mir geht es hier nicht um Kingshaming, außer bei der Geschichte mit den urinierenden Russinnen. Das war offensichtlich widerrechtlich. Der Rest erschien mir mit Zustimmung zu erfolgen, beziehungsweise selbstverantwortlich. Wobei wir uns auch mal über Only-Fans-Zuhelderei unterhalten werden. Denn bei einigen dieser Darstellerinnen, da könnten genau solche Unfreiheits- und Menschenhandelsthemen im Hintergrund eine Rolle spielen, wie bei normalem Sexwork. Ich bin Gott sei Dank über keine Videos gestolpert, die sich explizit an Kinder richten. Und das ist gut so. Gott sei Dank. Gott sei Dank waren vor der Kamera auch nur augenscheinlich erwachsene Menschen. Im Anbetracht des letzten Videos zu dem Thema hatte ich echt schlimme Befürchtungen. Allerdings muss man halt sagen, dass das für Kinder jederzeit auffindbar ist. Und das finde ich fahrlässig von YouTube. Und was mich in diesem Zusammenhang wirklich wurmt, ist die Frage, was es dort draußen noch für Inhalte gibt, die es irgendwie schaffen, als educational durchzugehen, aber etwas ganz anderes zeigen. Heute gucken wir uns ein Tutorial an, wie eine Guillotine funktioniert. Ja, allgemein lasst mich mal wissen, was ihr von diesen Aufklärungsvideos haltet. Wo sollte YouTube da die Grenze ziehen? Da unten in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und garantiere euch, bei mir wird es niemals einen Onlyfans-Link geben. Nur diese langweiligen Videos hier. Wobei, falls ihr denkt, dass das der Tiefpunkt war, ich habe für euch den Höhepunkt der Tiefpunkte aufgehoben und darüber sprechen wir demnächst auf meinem Hauptkanal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen und wünsche euch alles Gute. Und da momentan noch jederzeit überall random Leute Straßen blockieren können, Züge nicht fahren oder einfach alles voller Schnee und Eises, bleibt einfach zu Hause und macht es euch bequem. Und denkt dran, mit CyberGhost VPN könnt ihr alles streamen, was ihr wollt. Und das für nur 2,03 Euro im Monat. Klickt den Link unten und bekommt sogar vier Monate umsonst und das mit 45 Tagen Geld-zurück-Garantie. Bis denne. Tschüssikowski. Tschüssikowski.